Dass du auch, wenn es ums Studio gehen oder so geht, auch eher nach so einem Gefühl bist und dir jetzt nicht so Zeiten vornimmst, ne? Also ich sag mal so, die Musik die ich mache, die entsteht bei mir aus Emotionen. Es ist nicht so, dass ich jetzt eine Tabelle mache und sage, ich mache jetzt drei Songs, wo ich in die Fresse gehe, zwei Songs, die deep sind oder so. Ich setze mich einfach hin und so wie ich mich gerade fühle, so entsteht ein Song bei mir. Und ich gehe nicht ins Studio, ich arbeite nicht im Studio. Ich sitze dann meistens wirklich in einem dunklen Zimmer oder am Rechner und bin dann wirklich alleine und mache Musik.